Wir haben drei Videos gedreht. Ja, die Trilogie zu Aufstieg und Fall ist Tommy Blank. Drei Videos, eine Platte. 20.12. Bam! Kurz vor Weihnachten gibt's für euch von uns was drauf die Ohren. Ich will, dass ihr laut geht, bevor einer drauf geht. Wir brauchen einen Ausweg, wir dürfen nicht aufgeben. Wir werden nicht ausruhen, bevor wir's gepackt haben. Ja, Mann, was für ein Abgang. Zieht euch warm an und bückt euch. Ihr werdet nicht verschoben. Und das ist nicht mal gelogen. Du weißt es doch, wie heißt es noch? Die geilste Scheiße schwimmt oben. Du wirst verdreht und verbogen. Bis erst die Unschuld verloscht. Wir haben alles so weit gemacht, dass wir konnten. Wir haben uns nicht lumpen lassen. Und wo bist du? Zum Beispiel bleibst weg, weil mittlerweile sind einige Leute auf dich sauer. Die Stimmung kippt so ein bisschen. Er ist nicht nur mehr der Abfrop sauer, sondern es fühlen sich einige von dir im Stich gelassen, Tommy. Er sagte nie, er hätte Rap-Talent. Er hätte den Trend gesetzt oder das Feld bestellt. Er suchte auch nie nach Bestätigung vom Rest der Welt, wo sich der Letzte hält, noch für den Besten hält. Auch dort habe ich Tommy nicht gefunden, in New York. Weder in New York noch im Rest Amerika. Ich gebe auf, stelle mich der Solo-Platte allein. Ich bin ja nicht allein. Es haben ja so viele tolle Leute mitgemacht. Es war ein schönes Projekt, trotz dem, dass Tommy nicht dabei war. Aber weil so viele Leute mitgemacht haben, ist es einfach am Ende sehr schön zu sehen, was man gemeinsam machen kann. Und du, Tommy, da kommst du halt nicht wieder. Weißt du? Da bleibst du halt weg. Aufstieg und Fall des Tommy Blank. Auf iTunes und überall anders.